Dreckiges Studentenpack. Keine Kultur. Ah, da ist direkt ne Straßensperre. Ne, heute liegst du ja immer noch drauf. Sehr schön, ja. Ich weiß doch nicht, wie ich da runterkommen soll. Wunderschön drappiert. Ich glaub ihr müsst hochkommen, sobald es aus ist. Gleich fällt da wer um. Heli? Ja. Oh, der Chanuk wieder, der heißt. Der lässt sich aber eigentlich von dem Stinger nicht so beeindrucken. Er ist bei mir in die Luft geflogen. Er ist da wo ich ihn hingezogen hab.